Köln Wiener Ego fahren gehören hier noch mal an, das ist nicht so. Ich glaube, dass die Bundeskanzler ist, dass man mehr wollen. Sehr ehrlich sein, oder heißen? Nein, gut, aber ich habe einen Heilpon. Ich habe einen Heilpon. Ich habe einen Heilpon. Ich habe einen Heilpon. Wir haben einen Heilpon. Ich habe 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 einen Heilpon. Also, das ist nicht mehr für eine neue Welt. Ich habe einen Heilpon. Ich habe einen Heilpon. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Nächster Halt. Dresden, Mitte. Übergangsmöglichkeit zum öffentlichen Personennahverkehr Zugang zum Kongresscenter Dresden Next Stop, Dresden Mitte Access to Dresden Kongresscenter Ausstieg in Fahrtrichtung links Exit to the left in the direction of travel Westen 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 する Meißlich ist es unbeschweren. Nächster Halt, Dresden-Freiberger Straße. Übergangsmöglichkeit zum öffentlichen Personennahverkehr. Zugang zum World Trade Center Dresden. Nächster Halt, Dresden-Freiberger Straße. Access to Dresden World Trade Center. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Exit to the left in the direction of travel. Nächster Halt, Dresden Hauptbahnhof. Übergangsmöglichkeit zur Fahrtrichtung. Nächster Halt, Dresden Hauptbahnhof. Übergangsmöglichkeit zur Fahrtrichtung des Fahrtrichters. S2 und S3 zum Regional- und Fernverkehr und zum öffentlichen Personennahverkehr. Nächster Halt, Dresden Main Station. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Exit to the left in the direction of travel. Nächster Halt, Dresden Hauptbahnhof. Übergangsmöglichkeit zur Fahrtrichtung des Fahrtrichters. Dresden…… Na, wer ich anschließend Ochred transportiert graduating gehört. Aber Eben. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich und dann auch gut steigt der hier hoch das ist ein bestes das ist ein bestes aber das ist ein bestes und das ist ein bestes das ist aber nicht gewesen dann eher noch verschwunden Sprechstelle zu Blut sein